Der Impfstoff wirkt. Gut. Gehst du da raus? Sicher. Was hast du denn vor? Die ganze Stadt wird bald hochgejagt. Komm schon mal, sprich mit der Regierung. Sag ihnen, wir haben ein Mittel. Verschaff uns Zeit. So ein Teufelskerl. So ein Teufelskerl. Träumt sie das jetzt ja, ne? Ja, das wird sie träumen. Das ist der einzige Weg. Ja. Wo bin ich? Was ist passiert? An alle Einwohner. Der Raketenschlag gegen Rekul City schattet in wenigen Stunden. Die Sprengladung wird alle biologische Materie vernichten. Sie werden nicht überleben, wenn sie in der Stadt lassen. Der Raketenschlag gegen Rekul City schattet in den letzten Oktober. Das ist der 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 Oktober. Und ich werde hier noch mal kurz einen Cut setzen, weil ich sehe gerade, der Ton will nicht so, wie ich will. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So. So. Da bin ich wieder. Jetzt sollte das mit den Toneinstellungen eigentlich so weit funktionieren. drin. Und ich muss erstmal selber gucken, was wir hier haben, was wir noch brauchen, was wir nicht brauchen. Den kann ich eigentlich ablegen, oder? Also theoretisch gesehen. Nehmt nur Platz weg. Verstauen. Munizion dafür, Munizion dafür. Da laden wir auch nochmal nach. G19. So. Das sollte erstmal reichen. Neue Waffe. Hallo. G19. Neue Waffe. Geht. Feuerstoßmodell. Dann haben wir eben zwei Waffen. Wie viel Platz haben wir? Eins, zwei, drei haben wir immer. Ich muss eine Waffe ablegen. Ja. 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 Kerl. Wo ist er? Wieder los. Bart hat Impfstoff im Keller. Hoffnungsschimmer für die Stadt. Er glaubt, er schafft das allein. Ich werde ihm nachgehen. Warte, hast du es nicht gehört? Die jagen die ganze Stadt in die Luft. Ich versuche jemanden zu erreichen, der in der Lage ist, das zu stoppen. Überlass ihm das. Er ist Profi. Ich auch. Okay. Ich kann mich wohl nicht davon abbringen. Die Lagerungsanlage ist tief unter diesem Krankenhaus. Hab den Kontakt zu Carlos verloren. Warte also, Herr. Warum ist das roh? Hier. Ah, ja. Haben wir denn hier alles? Nein, ist immer noch was? ETF. Was soll denn hier noch sein? Beziehungsweise, was habe ich übersehen? Was habe ich übersehen? Was habe ich übersehen? Vielleicht hier irgendetwas? Das ist lächerlich. Was habe ich hier denn übersehen? Hallo? Hier irgendwas übersehen? Nein, ne? Bin ich das jetzt zu blöd zum Finden? Anscheinend, ja? Bin zu blöd dafür. Ich hoffe, die Zombies bleiben tot. Ah, okay. Ich hätte hier aber noch gerne die Schlösser geöffnet. Das machen wir gleich auf. Wir gehen hier rein und dann nach links. Ich glaube, wir waren bei der Schrot. Oder war das rechts? Da ist auf jeden Fall noch ein Kasten. Gut. Dann machen wir uns erst mal das hier. M-A-G-Money. Kriegen wir eine neue Waffe? Kriegen wir eine neue Waffe? Das müsste denn ein Magnum sein. Hier ist noch ein Schloss. Einfaches Schloss. Da ist auch noch irgendwas drin. Laborenfang, empfang der Notaufnahme. Hier ist auch noch ein einfaches Schloss. Hallo? Hier muss auch noch irgendwas sein. Hier haben wir dann auch alles. Okay, dann müssen wir jetzt da lang. Ja, hallo mein Freund. Noch eine. Da kommt er. Fünf Schuss hat er gebraucht. Wahnsinn. Was haben wir hier? Explosivgranaten. Ich habe die Granatwerfhand stehen gelassen. Na super. Hier haben wir auch alles. Das heißt, wir müssen nach oben. Hier links. Und dann rechts. Das heißt, wir müssen nach oben. Oh cool, ich kann sogar ranzoomen. Na gut. Ich müsste da irgendwie ans Fenster. Okay, einmal in die Wäschekammer noch und in den Belegschaftsraum. Ihr bleibt bitte tot. Ich gehe mal abspeichern. Warum fängt es schon wieder an zu lacken? Auf jeden Fall habe ich erstmal abgespeichert. Und hier links müsste es jetzt in den Belegschaftsraum gehen. Das ist doch ein Zeichen, dass da ein Zombie vor ist. Ich hoffe, der Dude ist tot hier. Und ich habe noch ein Zombie gehört. Was haben wir hier drinnen? Oh du lebst doch noch mein Freund, naja, komm her. Haben wir hier noch was? Nein, hier haben wir dann alles, okay. Bleib doch mal stehen. Okay. Warum bekomme ich aber neue Munition, aber keine Waffe? Wenn wir hier lang gehen, dann links. Dann kommen wir vielleicht in den Innenhof. Kaputt schießen kann ich das nicht, oder? Natürlich nicht. Einen hatten wir noch zu einer Wäschekammer. Links, links, rechts, links, links, rechts. Genau, und jetzt geradeaus und dann da vorne. Wir können auch gleich nochmal versuchen nach unten zu gehen, aber... Ah, da müssen wir dann runter, okay. So, was haben wir hier? Benutzen. Ah, was mache ich denn da? So. Schon wieder die Magnum-Money. Dann muss ich ja demnächst eine neue Waffe bekommen. Okay. Ich kann da hin, kann aber auch hier runter. Ich würde es bevorzugen. Ich sehe halt nicht. Es ist aber da nach vorne, seht ihr das? Ich bin sonst hier runtergegangen. Ich glaube, wir gehen einfach mal hier runter. Da ist nämlich etwas. Frage. Da oben. Aber hier komme ich ja nicht hin. Egal, wir gehen in den Keller. Ja. Ich werde jetzt mal schauen, wo ich lang muss. Ich muss zurück. Das ist sogar zwei Sachen. Aha. Aber selbst wenn, wie würde ich zurückkommen? Ah, so würde ich zurückkommen. Okay. Na gut, na gut, na gut. Dann gehen wir da lang. Dann müssen wir eben außen rum gehen. Okay. Hier bleibt bitte alle tot. Vorne und dann rechts. Geradeaus vorne rechts, ja. Geradeaus um die Ecke und dann links. Ich würde gerne hingehen, aber ich weiß gerade nicht, wie ich da hinkomme. Ich gehe aber nochmal vorab salven. Und die Tür natürlich auch aufmachen. Vielleicht brauche ich das Werkzeug ja nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ja, und wir brauchen es nicht mehr. Wegwerfen. Ja. Ja. So. Dann schauen wir erstmal, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Heilung reicht eine, verstauen. Warum bekommen wir die Explosivgranaten? Das hat er auch im Grund. Oh, hat sich das Spiel jetzt wieder aufgehangen? Ich setze hier kurz einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So. Da bin ich wieder. Er hat zum Glück automatisch abgespeichert. Ähm. Die Schlösser waren ja so, hier in den einfachen Schloss waren ja ein bisschen Munition drin. Darauf kann ich verzichten. Wir wollen jetzt einmal weiter. Ah ne, ich hatte ja hier abgespeichert. Deswegen. Okay, er hat nicht automatisch gespeichert. Alles gut. Gut. Ich bin hier, ne? Ähm. Hier mal rein. Das war der Belegschaftsraum, ne? Irgendwer von den Idioten hat noch gelebt. Bist du tot, mein Freund? Boah, der tat weh. Na gut. Jetzt wisst ihr, wie wichtig abspeichern ist. Oh, hier gibt's nochmal Flinten-Money. Countdown an. Da war nur Munition dran. Das heißt, wir gehen jetzt nach unten. Hier geht's nicht weiter. Dann komm, den holen wir uns einmal schnell noch. Wenn wir schon mal hier sind. Und diesmal geben wir... Komme ich da durch? Jaaaa! Uh! Ja gut. Da ist sie! Eine 44 AE Lightning Hawk. Okay. Kopfschmerzen garantiert. Okay. Wir müssen hier lang, ne? Und dann übers... Hier und dann einmal so rum, ja. Bitte bleibt alle tot. Tut ihr mir einen Gefallen mit. Langsam kenne ich das Krankenhaus schon auswendig. Geradeaus und einen gleich links. Okay. Okay, einer hat ausgereicht. Wahrscheinlich habe ich ihn ausgelöst. Als ich die Pistole genommen habe. Das erste was wir machen ist abspeichern. Nicht dass er wieder sich aufhängt. Und jetzt... Also... Kraftvoll und präzise. Wir verstauen die aber erstmal. Guck mal. Genauso wie das hier. Dann haben wir das, 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 das. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Keller. Ja. Okay. Wir kriegen noch Heilung. Ich weiß nicht ob das gut oder schlecht ist, aber... Was haben wir hier? Hier ist nix. Okay. Okay. Haben wir hier noch was? Nein. Das war alles? Okay. Aber da geht es auch noch... Nee. Ah, das erinnert mich an Resi 2. Finale. Kam dieses Lied auch von oben, ne? Wieso hat keiner vom Krankenhaus das alles je bemerkt? Warum kriegen wir so viel Heilung? Das gefällt mir gar nicht. Da, né. Okay. Oh, und Safety Room, hallo! Oh, unsere letzte Garteltasche! Ja, moin! Fahrstuhlnotiz an alle Mitarbeiter. Wir haben ein Problem mit den Schaltkästen festgestellt, bei dem die gleichzeitige Verwendung von Schwärmmaschinen ihn überlädt und die Sicherung durchbrennen lässt. Wenn Sie auf dieses Problem stoßen und den Aufzug nicht zum Laufen bringen können, bleiben Sie bitte ruhig. Sammeln Sie die Sicherungen von den im Lager aufgestellten Hilfsgeneratoren und starten Sie damit den Hauptgenerator. So schnell wie möglich neu. So, Speichy, Speichy, ist das schön. Schießpulver, was können wir denn, was wir erstmal machen könnten. Drei Säuregranaten. Das können wir ablegen. Und dann würde ich sagen, setzen wir hier mal einen Cut. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Wir sehen uns in dem ersten Part von Resi 3 wieder. Bis dann! Wir sehen uns in dem ersten Part von Resi 3.